Hier kommen kleine Bahnen ganz groß raus. Der Brandenburger Modellbahnfreunde e.V. hat in der St. Johanniskirche wieder seine Modellbahnausstellung aufgebaut. Bahnen vieler verschiedener Spurweiten auf Anlagen unterschiedlicher Größen können bestaunt werden. Einige sind historisch angelehnt und markieren Nachbauten existierender Routen, andere sind schlichtweg liebevolle Fantasiestrecken. Dabei können sich Besucher immer wieder durch die Liebe zum Detail begeistern lassen. Kleine Spielplätze neben den Bahnstrecken, ein großer Kran, der die Straßen blockiert und so Fahrzeuge zum Ausweichen bringt. An jeder Ecke gibt es etwas Neues zu entdecken. Der Besucher erwartet dies Jahr eine etwas kleinere Ausstellung. Bedingt durch die Corona-Krise konnten wir nicht ganz so viel ausstellen. Aber ich glaube, wir haben es auf den Kopf getroffen in der Hinsicht, um viele Möglichkeiten und gerade die Details auszustellen. Und da ist für jeden Besucher das Passende mit dabei. Schauen Sie einfach mal in die Landschaft rein. Sie finden Spielplätze, Gartenlaum, vielleicht den Baggersee oder auch die Baustelle. Also für jeden etwas dabei. Besucher können die Ausstellung in der St. Johanniskirche am heutigen Sonntag noch bis 18 Uhr besuchen. Bis dahin heißt es, Vorsicht an der Bahnsteigkante, der nächste Zug fährt gleich ein.